In CT Uplink sprechen wir heute über Raspi-Alternativen und zwar über x86 und Projekte, die sich damit realisieren lassen. Wir haben zum einen ein NAS mit einem Otroid gebaut und wir haben einen Thin Client bei Ebay gekauft und den zu einem Home-Server ein bisschen umgebaut. Darüber sprechen wir gleich. Wenn ihr ein bisschen mehr generell über Raspi-Alternativen erfahren wollt, dann schaut in unser voriges Video rein. Hier geht es erstmal um diese beiden Projekte. Bis gleich! CT Uplink Ja, lasst uns mal über die x86-Projekte reden. Das ist, da bin ich jetzt vor allem Niklas, bist du gefragt. Ihr habt im Heft zwei Projekte, die sich ganz speziell mit x86 auseinandergesetzt haben, nämlich den Thin Client, haben wir ja gerade besprochen auch schon und den Otroid. Vielleicht fangen wir mit dem Otroid an. Was hast du da gemacht, Niklas? Genau. Also Christoph hat ihn ja schon im Test und hat da schon an der Plattform eigentlich ein großes NAS-Potenzial erkannt. Eben dadurch, dass der halt zum Beispiel zwei 2,5 Gigabit-Netzwerk-Ports hat. Genau, der hat SATA-Anschlüsse, auch anders zum Beispiel als der Raspi, wo man dann mit USB-Platten und so arbeiten muss. Da kann ich ja auch nochmal aus meiner eigenen Leidensgeschichte erzählen. Also ich hatte früher auch mal so ein halbgares NAS, das damals noch auf Raspi-3-Basis, wo auch die Netzwerkschnittstelle nur über USB angebunden war und das wollte man alles irgendwie nicht haben. Das hat keine Freude gemacht. Und mit dem Otroid H3 NAS hatte ich tatsächlich eine Menge Freude. Also eben dadurch, dass es halt x86 ist, verläuft da eigentlich alles in erwartbaren Bahnen. Ich kann ein ganz normales Standard-Linux nehmen. Wir haben uns jetzt für Open Media Vault 6 entschieden. Das baut auf Debian 11 auf. Und das ist halt eine, ich würde sagen, schon eher einsteigerfreundliche NAS-Distribution. Also da kann man eigentlich nach der Installation fast alles über eine Web-Oberfläche regeln. Genau, wenn man dann ein RAID oder Dateisysteme, freigegebene Ordner und so weiter einrichtet. Und was auch das Schöne an dem Otroid ist. Ganz kurz, das heißt, ich klinge den bei mir im Netz dann ein und dann kann ich über meinen normalen Rechner zum Beispiel auf die Web-Oberfläche gehen und dort alles einrichten. Wie bei einem kommerziellen NAS eigentlich. Genau, ja. Das ist ja so geschäfte vor beim Cue-N-Up oder sonst was. Genau. Genau. Und was bei dem zum Beispiel halt auch fein ist, ist, dass man da zum Beispiel auch bis zu 64 GB RAM reinbekommt. Also das taugt dann auch für wirklich anspruchsvolle Home-Server-Anwendungen. Also da sind nach oben hin, hat man da noch ein wenig Spielraum. Was könnte das sein, wo ich so viel brauche? Also so viel da, das wäre dann schon, wenn man wirklich mehrere virtuelle Maschinen halt stemmen will. Da wäre jetzt dann aber Open Media Vault vielleicht auch gar nicht das Betriebssystem der Wahl, sondern wirklich eher irgendwas wie Proxmox zum Beispiel oder auch Tunerscale, genau, wo man virtuelle Maschinen einbinden kann. Aber es würde mit der Plattform auf jeden Fall gehen. Es würde mit der Plattform gehen. Bei dir war aber der Fokus wirklich so dieses, wie man sich's vorstellt, man hat zu Hause ein Mediencenter und noch ein paar zusätzliche. Genau. Im Grunde kann man wirklich sagen, alles was auf diesen normalen NAS, das ist tatsächlich die Technik dieser NAS im Wesentlichen. Also die haben meistens auch so ein Celeron und dann haben die halt üblicherweise natürlich zum Beispiel vier SATA-Ports und auch so Schnellwechseleinschübe. Das hast du hier jetzt eben nicht. Genau, das funktioniert nicht. Dieses Gehäuse ist schon so ein bisschen so ein Hornissen-Schwarm. Es ist ein bisschen bastelig auf jeden Fall. Es summt so vor sich hin, weil die Platten sind fest verschraubt. Genau, richtig. Also man kauft das quasi auch, also du hast jetzt nicht die Platine gekauft und dann das, also das gibt's so als Bundle. Nein, das Gehäuse muss man dazukaufen. Guter Hinweis, das Gehäuse muss man dazukaufen, das kostet ungefähr 30 Euro. Das hört auf den unkreativen Namen Typ 1. Es gibt auch noch ein paar andere, wo dann nur eine Platte reinpasst, aber das ist hier Typ 1 und das ist, würde ich sagen, die beste Wahl, wenn man so ein kleines NAS mit zwei Platten, man sollte schon mindestens zwei Platten nehmen, damit man halt, genau, ein RAID zum Beispiel konfigurieren kann. Sehe ich anders. Sehe ich anders. Ja, sehe ich anders. Okay, dann können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Das ist eigentlich auch zu Hause, eins mit einer Platte. Genau, also ich bin immer der Meinung, man möchte ja eigentlich ein Backup haben dann auch, also ich bin gar nicht so sicher, ob RAID 1 für alles die beste Lösung ist, sondern… Was ist RAID 1, ganz kurz? Also zwei Platten redundant, wenn einer ausfällt, läuft es einfach weiter, ich kann dann die kaputte Platte austauschen und ein Rebuild stellt dann die Integrität wieder her. Und da die Platten heute bis zu 20 Terabyte hier haben oder 22 sogar mittlerweile, ist es eigentlich für, ich sag mal jetzt, vernünftige Anwendungsfälle brauche ich ja, also das RAID 1 verdoppelt ja auch nicht den Platz, es ist ja dann nur die Platte gespiegelt, deswegen nennt man das ja auch Mirroring, aber also ich denke mir, dass es viele Anwendungsfälle gibt, wo ich einfach die zweite Platte als USB-Platte kaufe und eben regelmäßig Backups von dieser einen Platte mache. Also die eine läuft immer und ich kann dann also jederzeit das so benutzen, wie einen kleinen Server und Netzwerkspeicher, wo ich halt so schön von meinen Geräten meine Backups hinmache und dann stecke ich eben jeden Mittwochabend meine USB-Platte dran und dann stoße so ein Sync an oder so ein Backup, da gibt's ja auch Tools, glaube ich, die da drin sind. Genau, bei Tools kann ich gleich noch was zu sagen. Und dann habe ich ja ein Backup, was auch virensicher ist, ja, also wenn ich diese, weil wenn ich sie wieder abziehe davon… Dann kann in dem Moment keine Ransomware die abgezogene Platte verschließen. Ganz genau, das ist also möglicherweise auch eine schlaue Lösung, also ich bin mit dem RAID 1, ich bin so hin und her gerissen, wenn ich natürlich jetzt sagen würde, ich würde es jetzt nicht wirklich empfehlen, wenn man keine tiefergehende Ahnung hat, aber man kann sowas, im Prinzip ist das ein Netzwerkspeicher, wo auch ein paar Arbeitsplätze dran hängen können. Also das ist ja alles dieselbe Technik wie bei diesen Geräten. Da würde ich sagen, also wenn es darauf ankommt, dass mehrere Stunden Stillstand schon nervig sind, dann ist eher das RAID vielleicht die bessere Wahl. Plus der USB-Backup. Das sollte man, genau, also wenn die Daten wichtig sind und nicht nur für den Spaß da drin sind, da muss man aber natürlich sagen, was heißt für ein Spaß? Niklas hat es vorhin schon gesagt, also diese 300 Euro ungefähr, das ist ohne Platten, also wenn man jetzt sagt, es gibt 20 Terabyte Platten, muss man der Wahrheit halber hinzufügen, so eine Platte kostet dann auch 450 Euro und zwei, also da bin ich dann bei 1200 Euro für die Kiste. Aber das habe ich ja beim NAS auch, dass ich in der Regel beim NAS auch nur das Gehäuse mit dem Controller kaufe und dann die Platten. Aber wenn ich es gewerblich einsetzen würde, würde ich mir überlegen, da kann ich es ja abschreiben und brauche vielleicht Support, da würde ich vielleicht nicht selber schrauben. Nee, klar, das ist klar. Aber man sollte sich diese Grenzen vor Augen führen, also man kann sehr viel Kapazität ins NAS bringen, das wird dann aber teuer und Stromverbrauch spielt auch ein bisschen eine Rolle. Gut, bei zwei Platten, die legen sich ja auch schlafen und so weiter, ist es nicht so tragisch. Aber wie gesagt, da muss man sehr viele Aspekte bedenken. So und jetzt habe ich, genau, ich habe mein Board drin, ich habe das Typ 1 Gehäuse oder welches auch immer gekauft. Ich sehe auch hier, da ist dann hier mit Lüfter und allem. Genau, der Lüfter ist beim Gehäuse dabei. Wird das arg laut, weil das finde ich immer total nervig beim NAS, wenn das dann selbst im Flur total rumrödelt. Also ich sage mal so, man sieht es ja vielleicht im Gehäuse auch so ein bisschen anders. Das sind halt eigentlich so steckbare Platten aus so Platinmaterial und wenn da drin die Festplatten surren, dann hört man das schon. Das ist jetzt aber nicht wesentlich lauter als andere NAS, die es so fertig zu kaufen gibt, haben wir bei den Lautstärkemessungen rausgefunden. Es wird natürlich deutlich leiser, wenn man zum Beispiel die Platten halt in Standby schickt. Also das muss man in Open Media Vault konfigurieren. Das haben wir auch im Artikel so erklärt, wie das funktioniert. Genau, da vielleicht nochmal so als Hinweis, dass man die vielleicht nicht zu schnell schlafen schickt, weil halt eben jedes Anlaufen der Platten so ein bisschen für Verschleiß sorgt. Das heißt, da sollte man vielleicht ein, zwei Stunden. Wenn die nachts schlafen, reicht das eigentlich. Genau, oder wenn sie nachts schlafen, das spart auch nochmal eine Menge Energie. Also halbiert ungefähr den Energieverbrauch von grob 20 auf grob 10 Watt. Man kann vielleicht noch dazu sagen, es gibt auch eine andere Gehäusevariante, wo zweieinhalb Zoll Platten besser reingehen. Also hier, die Platten sind bei diesem Gehäuse tragendes Bauteil. Das Gehäuse wird erst stabil dadurch, wenn man die Platten reinschraubt. Das ist ein bisschen skurriles Gehäuse. Aber es kostet auch nicht viel, kostet 30 Euro oder so. Genau, 30 Euro. Und es gibt auch eine Variante, da passen zweieinhalb Zoll eben zum Beispiel SSDs rein. Also wenn es jetzt geräuschlos sein soll und man den höheren Preis für die SSDs akzeptiert, kann man das natürlich auch so machen. Dann brauche ich den Lüfter auch nicht unbedingt. Es ist aber so, jetzt sind wir bei den Nachteilen der x86 Technik. Von nichts kommt nichts. Also diese Rechenleistung, der braucht nicht viel Strom, aber unter Volllast braucht der Prozessor schon ein bisschen Kühlung. Da ist ein großer passiver Kühlkörper drauf. Und dieser Lüfter versorgt den mit. Also wenn ich SSDs drin hätte, bräuchte ich den Lüfter für die Platten nicht. Aber dann ist also so, wie soll man sagen, wenn ich dann wirklich ganz viele virtuelle Maschinen da hätte, die jetzt auch richtig was tun, dann wird es da vielleicht ein bisschen zu kuschelig drin. Das ist schon so ein bisschen... Was ich aber durchaus auch bei neuen Raspi-Modellen durchaus auch das Thema habe. Ja, aber dann ist das Gehäuse noch viel kleiner. Also in so einem großen Gehäuse käme der Raspi schon... Und wenn du sagst 20 Watt, das ist ja schon auch eine Hausnummer. Genau, für den Prozessor alleine. Also wenn die Platten wirklich laufen und es gibt ja auch große Unterschiede bei den Platten. Also Lutz hatte ja vor kurzem mal so eine Gegenüberstellung von Nest- und Serverplatten. Und diese 7200er Platten, die kann man durchaus nehmen. Aber die brauchen dann bei Zugriffen oder sowas schon mal in der Größe von 8, 9, 10 Watt. Also wenn ich dann oben die 7, 8 Watt für den... Ich sag jetzt oben, weil der hier oben drin sitzt, der Prozessor. Also für das Board habe plus zwei Platten. Also dann bin ich schon... Es kann schon in der Spitze 30 Watt sein. Da brauche ich schon mal den Lüfter. Das kann ich nicht mehr lüfterlos einfach irgendwo in die Ecke klemmen. Gut, und jetzt habe ich das aufgebaut. Dann installiere ich da Open Media Vault drauf. Das ist ja relativ unkompliziert. Das ist relativ unkompliziert, genau. Da gibt es so einen Assistenten, würde ich jetzt so das mal nennen, der einen da durch die Installation führt. Und das haben wir im Artikel auch nochmal erklärt. Das ist jetzt aber alles genau kein Hexenwerk. Muss ich da dann einmal irgendwie eine Tastatur und alles anschließen? Das sollte man mindestens machen, um einmal einen Filmware-Upgrade vorzunehmen. Um einmal das BIOS zu aktualisieren. Und zwar hatten wir dann nämlich mit dem, mit dem es ausgeliefert wurde, ein paar Probleme. Da hat der Linux-Kernel uns PCI-Bus-Error geliefert im Sekundentakt. Und das ist aber zum Beispiel mit dem aktuellen BIOS dann verschwunden. Dafür muss man einmal den Monitor-Tastatur und so weiter anschließen. Später hatten wir es dann eigentlich nur am Netzwerk hängen. Am Netzwerk und Netzteil. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Wir hatten nämlich, während wir das ausprobiert haben, während unseres Tests, hatten wir so ein bisschen eine Behelfslösung von einem Netzteil, würde ich es jetzt mal nennen. Weil das Originalhersteller-Netzteil, das war nicht lieferbar. Und da haben wir eins genommen, was so ganz leicht außerhalb der Spezifikation lag, aber trotzdem gut funktioniert hat. Also stabil lief. Aber der Stecker hat nicht so ganz gepasst. Also der Old-Wright, der hatte so ein bisschen exotische Steckermaße. Die haben diese blöden hier, diesen 5-Millimeter, wie nennt man den denn? Hohlstecker. Hohlstecker. Und da ist also, ich weiß nicht, das ist ja eine koreanische Firma, die so ein bisschen aus dieser Armecke da kommt. Ich weiß nicht, ob das in Korea da eher, weil der ist so gängig. Der ist zum Beispiel an diesem Thin-Client auch dran. Und die haben da so einen halben Millimeter, gehen die von dem Maß weg. Genau, 2,1 statt 2,5. Also total doof. Mir war das erst gar nicht aufgefallen. Und das Problem ist, gerade diese fliegenden Netzteile, es ist witzig, es stimmt, dass du es gesagt hast, weil das ist auch bei dem Thin-Client so eine Geschichte. Aber ich fange mal an. Also die müssen ja eine gewisse Belastbarkeit haben. Bei ATX habe ich ja fast immer 250 Watt oder so was oder 300 oder 1000. Das ist natürlich kein Problem. Aber diese Anlaufströme von den Platten, wenn die loslegen, gerade diese Platten mit zehn Scheiben da drin, die brauchen dann schon mal kurzzeitig, ich sag mal 20 Watt ganz kurz, wenn die anlaufen. Insgesamt 30 haben wir so gemessen. Das heißt, man kann also jetzt nicht das allerschwächste Netzteil nehmen. Das muss diese Spitzenströme abkommen, können. Und die Odroid-Leute selber, nein, Hardcarnel heißt ja die Firma, die empfehlen, glaube ich, eins mit 120. Das ist meiner Meinung nach aber nicht nötig. Ich mache jetzt schon seit vielen Jahren solche Bauvorschläge. Es ist aber gar nicht so einfach, so ein Netzteil zu finden, was also in Deutschland auch geliefert wird mit CE-Zeichen. Also es soll ja sicher sein, wo man dann für so einen Bauvorschlag sagen kann, das ist dann auch noch lieferbar. Und im Moment ist ja mit diesen ganzen, gerade die Chips, die in Netzteilen sitzen, sind ja zum Teil das Problem. Dann war dieses blöde Netzteil nicht lieferbar. Dann habe ich eins rausgesucht von einer Firma, wo wir seit vielen Jahren immer mal Netzteile holen, wenn uns sonst nichts einfällt. Oder wenn es kein Original-Netzteil vom Hersteller empfohlen gibt. Ja, und dann hatten wir das rausgesucht und dann war genau da so ein kleines Steckerproblem. Mir war das erst gar nicht so aufgefallen, aber Niklas hatte das so gesehen. Das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Man konnte das dann so in einem bestimmten Winkel, genau, das hat funktioniert. Aber damit müssen sich dann unsere Leser zum Glück nicht mehr plagen, weil inzwischen ist das Original-Netzteil auch wieder lieferbar. Und das ist übrigens bei dem Fint-Client, um das nochmal zu sagen, da haben wir so eine ähnliche Geschichte gehabt. Also der ist ja von Fujitsu. Und Fujitsu haben wir ja immer, wie gesagt, einen guten Draht gehabt, als sie noch in Augsburg produziert haben, die Boards. Ich glaube, das ist ja auch noch ein Board, was in Augsburg gefertigt wurde. Aber diese Fertigung gibt es ja leider nicht mehr. und die achten wirklich sehr auf Zuverlässigkeit und so. Und das ist auch ein Netzteil, wo eben Fujitsu draufsteht. Ich nehme an, das hat ein Zulieferer gemacht, aber trotzdem ist das richtig das Originalteil. Und dieses Netzteil hat eben auch, das ist auch praktisch, das hat diesen sogenannten Schrotflintenstecker, also Rasiererstecker, also keine Erdung. Das ist ein doppelgeschirmtes Netzteil. Da hast du eben auch ein dünneres Kabel und nicht immer diese blöden Kaltgerätestecker und so. Also das ist alles sehr durchdacht. Ja, nur ist es so, das fiept auch nicht. Das ist auch ganz wichtig. Diese blöden Laptop-Netzteile, da gibt es auch welche, die sirren und fiepen. Dann habe ich also ein lüfterloses System und dreht durch, weil ich so einen 8-Kiloherz-Ton in meinem Büro habe. Ja, und die werden aber, diese gebrauchten Ten-Clients, zum Teil mit anderen Netzteilen geliefert. Ja, da haben wir also, wir haben dann eins, also Peter ist richtig in Euphorie geraten und hat sich noch zwei gekauft. Also wir haben so richtig so eine Art Cluster hat er jetzt zu Hause. Und da waren welche, die waren von anderen Fin-Clients, die waren nicht wirklich schlecht, die brauchten nur 0,2 Watt mehr oder so. Wenn man sie ganz ans Ohr presst, dann hört man so ein leichtes Brummen. Aber die hatten zum Beispiel auch den großen Stecker, also den sogenannten Mickey-Maus-Stecker. Und vor allem waren die schon zehn Jahre alt. Ja, also das hier ist ja so vier, fünf Jahre alt. Aber diese Netzteile sind wirklich ein Datumstempel von 2013. Da muss man aber echt ein bisschen gucken. Ja, also die waren jetzt nicht schlecht. Netzteil vergammelt ja jetzt nicht in diesem Sinne. Aber das ist tatsächlich, also gerade mit diesen Netzteilen, ich finde das immer so faszinierend, weil es sozusagen immer dieser alte analoge Teil, an dem scheitert dann das tolle Bastelprojekt. Denn auch zum Beispiel die ESP-Kamera, die braucht halt auch ein gescheites 5-Volt-USB-Netzteil. Das ist im Prinzip überhaupt kein Problem. Da gibt es ganz viele, die sind super sparsam. Ja, aber man hat dann also die sogenannte gute alte Wandwarze, also diese blöden Netzteile. Das läppert sich beim Standby-Strom natürlich auch, wenn ich überall das Zeug habe. Ich erinnere mich auch, dass ich bei meinen ersten Raspi-Projekten dann doch das Original-Raspi-Netzteil dann abgekauft habe. Das ist auch sehr gut. Weil ich die Erfahrung bei euch auch gelesen habe, dass... Das war damals irgendwo noch, der mich draufgebracht hatte, dass es, wenn du bei dem, ich glaube, das war vor allem bei dem Raspi 3, der hatte ja, glaube ich, noch den Micro-USB-Stecker und dass da bestimmte USB-Platten einfach nicht anlaufen wollten, wenn du das falsche Netzteil hattest. Ja, genau. Und der Witz ist bei diesen Netzteilen, und das macht es ja so schwierig, deswegen habe ich diese Anlaufströme erwähnt, es geht da teilweise wirklich so um so kurze Spitzenlasten nur und du kannst das bei den Dingern einfach nicht voraussagen. Du kannst es auch gar nicht vernünftig messen, weil je nachdem, wie auf diesen Mini-Plattformen dieser Stromwandler ausgelegt ist, verhalten die sich völlig unterschiedlich. Also du kannst immer nur sagen, ja, also besser nimmst du halt 4 Ampere oder 5. Und dann kommst du drauf, oh, na ja, also die USB-Micro sind ja für 4, 5 Ampere gar nicht vorgesehen. Da gibt es dann entsprechend auch nur ganz wenig Netzteile. Also da werden oft so Tipps gegeben, die sich in der Praxis kaum so realisieren lassen. Aber im Prinzip ist das natürlich kein Hexenwerk. Diese Netzteile gibt es für wenig Geld, auch in neu. Ja, super spannende Tipps. Jetzt sind wir zu den Netzteilen ein bisschen abgebogen. Ich würde einmal noch mal kurz, nein, das ist ja auch wichtig, weil das sind ja genau die Probleme, die man nachher hat. Ich würde trotzdem noch mal einmal abschließend zu dem NAS-Projekt noch mal fragen. Wenn ich das jetzt so gebaut habe, weil viele Leute haben ja dann vielleicht doch auch schon Erfahrungen mit Fertig-NAS oder so, was wären denn für dich so die Gründe oder das Plädoyer, das selber zu bauen und das so zu machen mit so einem O-Troid H3 war das ja, statt jetzt sich einfach irgendwie so ein Synology QNAP NAS zu kaufen? Ist es vor allem der Basteltrieb oder gibt es auch andere Gründe? Basteltrieb spielt bestimmt eine Rolle, spielt bei mir zumindest eine Rolle. Ich würde aber sagen, der große Vorteil ist, dass man einfach mit der Plattform noch mal deutlich flexibler ist. Also gerade wenn es dann daran geht, vielleicht noch irgendwelche Server-Anwendungen oder so da drauf laufen zu lassen, dann hat man bei diesen Betriebssystemen, die zum Beispiel mit einem Synology NAS oder so ausgeliefert werden, oft das Problem, dass auch da diese Anwendungen oft mit Containern, mit Docker realisiert werden und die aber diese Docker-Umgebung oft so ein bisschen verbasteln, dass die da teilweise mit Container-Konventionen brechen und so. Und da hat man zum Beispiel hier bei OpenMediaVault, die machen es einem da ziemlich einfach. Da kann man zum Beispiel ein Plugin installieren, das heißt OpenMediaVault Extras und dann kann man wirklich in der Web-Oberfläche sich da eine, genau, Docker zusammenklicken sozusagen. Die liefern auch noch eine, oder die bieten an, noch so eine grafische Containerverwaltung, Portainer zu installieren, die ich dann auch wieder in der Web-Oberfläche habe. Und ab da ist es dann so ein bisschen zusammenklicken, was ich eigentlich darauf haben möchte. Also ich habe zum Beispiel auch mal dann das Piehole einmal kurz ausprobiert, so einen Medien-Server, eine Open-Source-Lösung Jellyfin, Alternative zu diesem Plex-Server, den vielleicht auch einige kennen. Und genau sowas, da bin ich dann relativ schnell dran und genau, kann mich da eigentlich austoben. Das Betriebssystem, was da drunter liegt, das ist halt, baut auf Debian auf und ich kann dann da machen, was ich möchte. Ich bin weniger eigensperrt einfach, kann man so sagen. Und es gibt unheimlich viel Material. Ja, also wir haben auch schon öfters über Open-Media-World und über verschiedene, also Jellyfin und so auch schon mal drüber geschrieben und man findet im Netz einfach unheimlich viel Material, um damit zu arbeiten. Wie ist es denn so mit Updates? Ich habe auch so mal das Gefühl, wenn ich bei den Standard-NAS-Anbietern bin, dann bin ich halt auch auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass diese ihre Software gut pflegen. Das ist ja vielleicht bei Open-Media-World, geht das schneller? Die sind nach meiner Erfahrung relativ gut, die großen. Also man muss sagen, Synology hat in Deutschland halt einen riesen Marktanteil und dann kommt UNEP und dann kommt lange nix und dann viele andere. Und so ungefähr ist auch die, also diese beiden Großen machen ja auch sehr viele Business-NAS und haben eben die schlaue Idee gehabt, dass sie ja diese Standard-Firmware machen, die im Prinzip, die muss natürlich angepasst sein auf die Geräte, aber die können diesen Kern auch relativ rasch Updates für liefern. Also die haben in den letzten Jahren das relativ gut gemacht, aber es tauchen auch immer wieder Lücken auf. Ich wollte auf einen anderen Punkt raus, natürlich Langzeitsupport. Also so nach fünf, sechs Jahren hört das dann auch mal auf bei den kommerziellen Lösungen. Das ist auch durchaus, sagen wir mal, für einen gewerblichen Anwender sinnvoll. Also ich würde jetzt auch nach fünf Jahren mal drüber nachdenken, wie lange die Karten eigentlich noch halten und so. Und hier, das kann ich ja im Prinzip, das ist ja zum Beispiel ein großer Vorteil von x86, das ist beim Raspi noch eingeschränkt möglich, bei den anderen Plattformen so gut wie gar nicht. Ich kann ja auf andere x86-Hardware umziehen. Also Peter hat es schön gezeigt, bei dieser FinClient-Proxmox-Geschichte, der macht ja relativ viel, auch mit so einem Server, hat diesen HPE-Micro-Server. Ich weiß gar nicht, welche Version er im Moment hatte. Und er hat einige dieser VMs, die er da laufen hat, unter Boxmox, die hat er einfach von dem anderen darüber gezogen. Und das ist zum Beispiel eine sehr spannende Sache, wenn man jetzt sagt, also ich möchte so ein NES haben, ich möchte das selber im Griff haben, ich möchte das mit Open-Source-Software haben. Also man kann, man kriegt natürlich diesen Odroid in fünf Jahren nicht mehr genau so. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, weil den Zweier, den wir hier ja immer nackt haben, den gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Das ist der Vorgänger von dem. Aber natürlich würde das, wenn der x86-Unterbau läuft, kannst du das in diesem Container und sowas da rüberziehen. Aber dafür muss ich natürlich ein bisschen auch mir Gedanken da drum machen. Und das auch wollen. Also wenn ich dann, wenn ich da keinen Bock drauf habe, ist natürlich so eine kommerzielle Lösung eben besser. Ja, dann schieben wir doch jetzt langsam die Odroid-Leutung beiseite und reden nochmal kurz über den Thin-Client. Da könnte ich jetzt auch Niklas seine Lösung da umziehen, auf so einen Thin-Client. Ja, aber dann hättest du kein Nest mehr. Genau. Warum? Weil da kein Nest dran ist. Beschränkten SSD-Speicher. Genau. Das heißt, hier ist das Thema, du hast einen Thin-Client, da geht es ja genau darum, alles möglichst kompakt, vielleicht sogar alles möglichst auf eine Platine aufgelötet. Alles in dem Beispiel jetzt in so einem kleinen Zigarren-Schatulle-Größe oder noch kleiner. Wenn wir mal hier ein bisschen schrauben, dann machen wir den mal auf. Und da habe ich aber das Problem, das ist dann für ein Nest gar nicht so gut geeignet, weil da kann ich jetzt nicht per SATA 12... Genau, das ist ganz trivial, es gibt kein SATA. Punkt. Aber warum brauchen wir denn doch so einen Thin-Client? Dann brauche ich den noch gar nicht. Na doch, es gibt doch genug Serverdienste wie zum Beispiel so ein Home-Server-Basis, also was ich beim Raspi machen würde, ohne Platten oder ohne mit so mäßig viel Speicherplatz. Also ich meine, man muss natürlich sagen... So ein Filter oder so mein eigenes Mail-Client zu Hause oder sowas. Klar, ich kann auch so als Media-Center-Geschichte, wenn ich da was drauf tue, also für einen Terabyte, das ist ja auch schon nichts. Also ein bisschen was ist das ja schon. Kleine Sammlung. Also man kann den hier auch ganz leicht... Also ich finde den auch mechanisch wirklich hübsch gemacht. Da können wir mal da reingucken vielleicht in das Gerät. So, ne? Hier sitzt der Prozessor drunter und ja, hier sind die Dinger, wo bei dem anderen Board-Variante die SATA-Ports werden, aber es ist ja ein Thin-Client, wo sollten die Platten hier auch rein? Und hier steckt halt so eine M.2 SATA-SSD. Die gibt es eben mit bis zu einem Terabyte. Und die kann man tatsächlich aber auch... Die kannst du einfach rausschrauben. Die kann man rausschrauben. Das heißt, da könnte man selber noch was tun. Aber ansonsten das Ding ist... Hier ist der Speicherriegel. Für die Zuhörer vielleicht auch noch. Das ist auch wie dieses O-Troid-Plattform. Das ist halt so ein quadratischer ja, so Handteller. Der ist blau, der ist grün. Ja, genau. Wenn der O-Troid eher so Handteller ein bisschen größer ist, habe ich jetzt hier schon meine Finger auch mit drüber. Also es ist schon ein bisschen größer, aber es ist natürlich für ein PC. Sehr hübsche Standfüßchen für. Also da gibt es noch so Füßchen und dann kann man den da so hinstellen. So und den habt ihr im Prinzip bei Ebay euch geholt. Genau. Wie läuft das dann? Und da gucke ich einfach Ausverkauf bei EDK. Alle Terminals werden rausgeworfen. Ja, hier war so ein Aufkleber drauf. Irgendwie Eigentum des Landes. Konnte man aber weiter nicht lesen. Also das war mal wahrscheinlich ein Behördenrechts. Da waren aber wirklich keine Daten mehr drauf. Und so haben wir auch geguckt. Vorwirklich. Da muss ich aber zackrisch aufpassen doch, dass ich wirklich eine ordentliche Hardware bekomme. Dass sie nicht zu alt ist. Genau. Sollte schon genau dieses Modell sein. Da kann man echt auch in die Falle laufen. Es gibt da ähnliche, die fast genauso heißen. Die haben dann ältere AMD-Prozessoren. Auf die würde ich jetzt nicht mehr umgehen. Genau. Nichts gegen AMD-Prozessoren. Die waren zu ihrer Zeit ganz nett. Aber nach zehn Jahren, sagen wir mal, mit ein Gigahertz pro Kern, das ist dann irgendwie, also da wirkt dann quasi schon der Raspi irgendwie. Ja, das macht auch wirklich von der Saison darauf keinen Spaß mehr. Und dann habt ihr so ein Ding gebraucht für 80 Euro oder so? 70. 70 Euro bekommen? Mit Netzteil. Und da war schon RAM drin. Da waren bei uns, also bei diesem waren glaube ich tatsächlich die 8 GB schon drin. Und eine SSD mit entweder 64 oder 128 GB. Das hat euch dann aber nicht gereicht. Da habt ihr einen Upgrade gemacht. Genau. Also die SSD, da kommen nochmal dann, ich sag mal, mindestens 20 Euro. Also diese SSDs sind ja zum Teil sportbillig für 128 oder 256 GB. Aber man will vielleicht 512 oder so haben. Also 30, 40 Euro kommen dann schnell nochmal drauf. Das muss man immer sich klar machen. Ich kann in Raspia heutzutage auch einen Terabyte reinstecken. Lutz hatte gerade diese einen Terabyte MicroSD-Karte von Amazon vorgestellt. Stimmt, ja. Die, diese Amazon Basics, die da gerade 140 Euro kostete. Das ist natürlich dann relativ viel, aber die wird ab und zu mal zum Kampfpreis verkauft. Und man kriegt auch, also das muss man sich immer klar machen, das Flash-Speicher, das sind wirklich, also im Vergleich zu früher, irrsinnige Kapazitäten, die man da reinkriegt. Aber wenn man viele virtuelle Maschinen zum Beispiel hat, wobei, um das nochmal einzuschränken, also in denen kriegt man maximal 16 Gigabyte. Und beide Prozessoren haben eben nur diese vier Kerne und auch kein Multithreading. Also die, die sind, diese vier Kerne, also da sehr sparsame virtuelle Maschinen kann man da auch, sagen wir mal, zwei pro Kern kommissionieren. Aber sehr viel mehr wird das dann auch nicht. Da ist man dann doch schnell dabei, sich eine andere Lösung zu holen zu müssen, wenn man da mehr vorhanden hat. Genau, braucht man dann aber auch typischerweise deutlich mehr Strom. Genau. Also man kann so ein Mini-PC natürlich auch kaufen. Also es gibt ja diese ganz beliebten Intel NUC mit einem Mobilprozessor. Da kriegt man ja mittlerweile welche, die haben zwölf Kerne, also so acht schlappe und vier starke. Und die vier starken haben nochmal Multithreading. Also da würde ich dann wahrscheinlich 16 virtuelle Maschinen auch laufen lassen können. Kriege ich auch 64 Gigabyte RAM rein. Da bin ich dann aber natürlich bei 500 Euro und kriege kaum Speicher. Ja, genau. Also nur mal um eine Alternative zu nennen. Oder selbst dann, wenn ich nass, dann haben wir auch schon gehört von Niklas, dann bist du auch schnell bei mehreren 100 Euro. Wie ist es, aber was, also was mache ich denn jetzt genau damit? Also FinClient, dann habe ich Proxmock, genau, Peter drauf installiert und der lässt dann so einen Heimserver laufen mit so seinen typischen Diensten. Ja, was man auf einem Ness zum Beispiel, also, ich kann es vielleicht mal so sagen. Also wenn du zum Beispiel zuverlässigen Netzwerkspeicher und eine erhebliche Menge brauchst, das ist dein primäres Ziel, dann ist so eine Ness-Basis das. Und Niklas hat ja lang und breit erklärt, da kannst du auch Docker-Container laufen lassen oder virtualisieren. Wenn du umgekehrt aber den Speicher gar nicht so brauchst, weil du sagst, entweder hast du schon Ness oder du willst zum Beispiel ein Netz kapseln, du willst zum Beispiel ein separates Smart-Home-Netz einrichten, hier habe ich jetzt wieder nur eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und sage, ich möchte das alles getrennt haben, soll aber nicht viel Strom fressen. Also wir haben hier sowas wie in der Größenordnung von 4 Watt Dauerlauf. Also das läppert sich dann im Jahr, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen auf 60 Euro, die das dann frisst. Das kann man noch verschmerzen. Dann ist das so eine Lösung, wir haben ja vorhin gesagt, da wo man den Raspi vielleicht sonst nehmen würde, der kostet im Moment ja auch so viel wie das Ding und braucht halt der Raspi glaube ich im Leerlauf ohne Display zweieinhalb Watt. Also es sind anderthalb Watt mehr, aber ich kann es jetzt kaufen, habe sehr viel mehr Performance, wenn ich es belaste. Das ist so ein Mischding, so richtig, meine ein richtiger Server, da versteht ja jeder was anderes drunter. Manche wollen da 256 GB RAM haben und 100 Festplatten oder sowas. Kannst du noch mal den Namen nennen? Fujitsu Futro S740. 740. Okay. Oder 720 ist zum Beispiel schon die Niete. Ja genau, also da muss man wirklich aufpassen und vielleicht, wenn die CT jetzt im Handel ist, vielleicht geht es ja auch schon bald ausverkauft. Deswegen finde ich das mit den Gebrauchprojekten auch immer so blöd, weil dann hat man am Ende die Leute, die zu Recht enttäuscht sind und sagen, jetzt habt ihr mir das Maulwässrig gemacht und jetzt gibt es das nicht. Ja, vielen Dank. Das sind zwei spannende Projekte aus dem ganzen Schwerpunkt, den wir in der CT gemacht haben. Dann danke ich euch schon mal und ich würde mich noch freuen, wenn ihr da draußen eigene Projekte habt, die ihr umsetzt. Welche Plattform benutzt ihr? Habt ihr auch im Nanopie ESP32 im Einsatz oder habt ihr wie ich noch zu Hause die Arduinos rumliegen und macht damit Sachen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. und ansonsten ist, ach so genau, was noch ganz wichtig ist, ist die letzte Folge CT-Uplink übers Hacken, die war und ist jetzt zum aktuellen Stand immer noch nicht bei Apple draußen. Wir vermuten, weil das Wort Hacken im Betreff vorkam, dass Apple die nicht freigegeben hat. Also wir hoffen, dass bei einem Podcatcher von Apple die auch bald da ist. Ansonsten, wenn ihr jetzt diese Folge hört und noch nicht die Hacken-Folge habt, vielleicht müsst ihr dann die Hacken-Folge einfach auf YouTube euch angucken. Da gibt es eh auch noch ein cooles Kompakt-Video, das Jörg mit einem Sicherheitsexperten gemacht hat, wo die sich nochmal genau angucken, wie funktioniert das. Also da müsst ihr vielleicht mal die eine Folge auf YouTube anschauen oder in einem anderen Podcatcher. Mal gucken, ob sie da ist. Das Problem hatten wir. Und ansonsten wollte ich noch sagen, in der aktuellen CT, wo dieser Schwerpunkt drin war, CT 6 2023, sind auch spannende andere Artikel. Es gibt den CT Keyfinder, mit dem ihr Installationsschlüssel von eurem Windows auslesen könnt, falls ihr mal mit eurem Windows umzieht. Bei uns komponiert die KI die Musik inzwischen. Da hat Kollege Hartmut Gieselmann Tools ausprobiert. Wir haben Apple Self-Repair ausprobiert. Das fand Christoph sehr erhellend und auch ein bisschen enttäuschend, glaube ich. Dass das, wenn du dir so ein iPhone selber reparierst, kriegst du irgendwie massenweise Werkzeuge nach Hause. Jetzt ganz tolle Selbstreparatur und hier Ride to Repair und sowas. Und dann machen wir es so kompliziert und teuer wie irgendeine Füße. Ja, teurer, als wenn man es Uber einschickt. Aber trotzdem ein sehr spannender Bericht. Und wir haben einen Mini-PC-Bauvorschlag, der auch aller Voraussicht nach im nächsten CD-Uplink-Thema sein wird. Also da guckt auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Und dann würde ich sagen, schreibt uns an uplink.ct.de eure Projekte, kommentiert auf YouTube und auf heise online. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.